Good evening everyone! Es geht weiter mit der Destiny Beta und dem Weitergespielt. Ich bin Johannes Brot, wir sind Regen Tower Games und ich habe weitergespielt. Äh, ne? Ich habe weitergespielt nach dem letzten Weitergespielt und in diesem Weitergespielt zeige ich nun die Multiplayer-Mission und etwas PvP. Ähm, ja. So, dann wollen wir mal ab in die Höhle der Teufel. Uiuiuiuiui. Das werde ich jetzt mit zwei anderen Hütern, also zwei anderen Spielern machen. Mh? Mal gucken, wie erfolgreich. Naja, ich bin eher super ausgerüstet. Ich habe ja richtig viel neuen Scheiß und so. Und Fähigkeiten auch verändert und verbessert und neue und weiß auch nicht was alles. Hm, Ninja Philip und äh, das andere konnte ich nicht so schnell lesen. Ähm, äh. Low Skates. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden die Gefallenen weiter an unserem Stadtwall scharren. Unter den Ruinen des Kosmodroms, im Schatten eines alten Kolonieschiffs, liegt die Höhle des Hauses der Teufel. Und der hohe Servitor, der ihnen Kraft verleiht. Wir müssen diesen Maschinengott zerstören und ihre Seelen in die Hölle schicken. Klingt gut. Machen wir. Ich meine, ne? Götter! Oh, die scheinen schon etwas weiter zu sein. Woops. Hier bin ich. War nie wirklich weg, hab mich nur versteckt. Was hat er denn da, man? Ein komisches Laser-MG-Ding. Sieht cool aus, auf jeden Fall. Ja. Ja, dich hab ich gesehen. Ich liebe das, wie die dann so gravitylos durch die Gegend fliegen. Die hab ich neu, die Granate. Die ist jetzt nicht mehr so ein, äh, Fels, Gravitationsfeld, sondern, oder so ein schwarzes Loch, keine Ahnung, was auch immer das sein soll. Sondern zerspringt in ganz viele kleine Granaten, sozusagen. Na. Oh, wo, wo ist er tot? Ich komme zur Rettung! Haltet ein! Hä, warum ist denn hier schon wieder einer? Mann, wie überlebt denn denn keiner wieder? Sind das irgendwie... Drei andere? Kommt Leute, wir müssen taktisch vorgehen. Sonst würde das hier nix. Sehr gut. Los geht's! Sind da noch welche? Komisch, ich hab drei Leute. Ich hatte sonst irgendwie... Stand da nicht eins von drei? Haben sie mich wohl nicht mitgezählt. Hm. Oh, oh. Wenn du das so sagst, denke ich das schon. Sehr cool Leute, weiter so. Wir rocken das Ding! Was, was gab's da zu gucken? Die rushen aber ganz schön. Das mag ich eigentlich nicht so. Okay, erobern wir die Raffinerie. Oh, Hexe! Hä, willst du Gabelstapler fahren? Da ist jemand gestorben. Ich komme gleich! Ich bin schon auf dem Weg! Bam! Puh! Das war mir zu knapp. Toll, der Ausgang ist versperrt. Sollen wir da oben hoch? Anscheinend haben die das schon ein paar Mal gemacht. Aber meine Waffe ist nicht so gut auf Distanz. Anscheinend doch. Ich bleib trotzdem lieber unten. Ich mag das. Die Waffe hat manchmal so'n... So'n Mega-Damage-Shot. Oh, jetzt habe ich kein... Hoch! Oh, abgestochen. Energieabzug! Energie! Okay, der macht jetzt anscheinend den Weg frei und wir müssen hier so lange deaden. Das ist... Heavy. Wie? Auf jeden Fall ist die, äh... Schwierigkeitsstufe irgendwie angezogen, habe ich das Gefühl. Okay. Oh, Unsichtbare, wie ich es hasse. Jetzt ballert der da von hinten unsichtbar rum. Was soll das denn? Da ist noch einer. Yeah. Aua. Geh weg, Mann! Ich will nachladen! Scheiße! Voll daneben! Ah, aber irgendwas habe ich getroffen. Schon mies mit nur sechs Schüssen, aber das haut schon rein. Darf man heute noch nicht so oft failen. Warum denn beide, Mann? Die sollen sich mal lieber gegenseitig platt machen und uns in Ruhe lassen. Hexe! Oh, Hilfe, wo hänge ich fest? Ah! Also, so geht's nicht. Fail! Aber sehr geile Musik mal wieder. Aha, da sind die Header wieder. Was, noch eine Hexe? Ja, Mann! So lag das hier. Guck mal, sind schon zwei von drei deaktiviert, also, ne? Lauf doch nicht weg! Irgendwie ist die Granate voll schnell wieder aufgeladen, seit neuestem. Habe ich da auch irgendeinen Upgrade? Ah, die Gitter sind schon tot weg. Ah, die Gitter sind schon tot weg. Ah, die Gitter sind schon tot weg. Was? Und hier habe ich nur ein Scharfschützengewehr. Scheiße! Ich brauche Munition. Da! Er fällt ein, ich habe ja noch dieses schwere Gewehr hier. Ist vielleicht auch mal an der Zeit. So, meine Damen und Herren! Na? Das Nachladen dauert ja überhaupt nicht lange. Wer ballert denn hier so heftig? Oh, was? Er hat einen Namen. Er hat sich einen Namen gemacht. Bababababam! Wir können dann! Leute! Wir können! Wihah! Da habe ich auch wieder Munition für gefunden. Scharfschützengewehr, voll vergessen. Wihah! Wonach suchst du immer? Ups! Da sind ja noch ein paar mehr. Alter, ich komme da gleich mal hoch! Ja! Alter, ich liebe das, wie das hier überall aussieht, ne? Immer anders. Man denkt nicht so, oh ja toll, das Rohr habe ich jetzt schon siebenmal gesehen oder so. Das ist irgendwie cool. Klar hängt die überall in Feuerlöscher, aber das ist ja auch normal. Ich folge mal den Leuten, die Ahnung haben. Teufeln. Teufeln, ey. Voll die Höhle der Teufel. Teufeln. Was geht jetzt? Mhm. Mhm. Okay. As you wish. Bin ich irgendwie der einzige, der nah dran steht? Die Snipern alle! Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist doch voll lame. Du bewirfst mich mit Granaten, Alter. Ich glaub's nicht. Boah! Mama! Mama! Äh, ich muss ihn wiederbeleben. Ich komme! Ich laufe wieder weg! Shit. Was? Die Spinne beballert mich. Oh, fuck! Nein! Nein! Oh, was? Schon wieder? Der, der gesnipert hat, ey. Ich glaub's nicht. On my way! On my way! Hast du davon, ne? Oh. Ja, ich war ja auch nur auf dem Weg von da ganz hinten. Huch. Wieso mag der mich nicht? Okay, pass auf, jetzt kommt eine Super. Ja, doch keine Super. Aber gleich. Um nicht zu sagen, jetzt. Yeah, 900. Oh, er hat mich bemerkt. Hier, Hartloch. Ich glaube, man muss erst mal die kleinen ausschalten, oder? Aber da kommen die unendlich nach. Äh, ich fühle mich hier irgendwie... Oh. Ich habe keine Munition mehr. Scheiße, Mann. Bam, 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 bam. Jetzt habe ich dafür auch keine Munition mehr. Äh. Wie haben die sich das gedacht? Kacke, das war meine letzte Kugel. Ich muss hier mal ein bisschen durch die Gegend laufen und... Munition sammeln. Äh, ich meine, dass du tot bist, ist kein Wunder. Munition, bitte. Headshot. Headshot. Hast du Munition? Ja. Reichlich. Was hüpft denn der da bei dem rum? Und der hat einen Raketenwerfer, ey. Oh, what? Hilf mir. Beliebliche... Danke. Yeah. Jetzt haue ich hier lieber ab. Okay. Bäm. Wow. Hast du mich verarschen? Schweber, die in eine reinfliegen? Und ich dachte, Schweber, die in einer, äh, in einem Gebäude sind, sind schon unlogisch. Warte, Bro. Ja, Mann. Wir sind so unglaublich gut. Ich habe überhaupt keine Waffe, um Bosse zu plätten. Okay, der ist schon fast tot. Den anderen rötze ich nicht, der hat selbst Schuld. Hier. Jetzt nehme ich wieder die. Jetzt schon wieder alle, ey. Aber ich glaube, die haut auch voll rein. Super bereit. Ich bin so super bereit. Und jetzt? Da werfe ich jetzt die Super rein. Naja. Wo ist denn das andere Bein, was noch übrig ist? Da. Da. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ah. Oh. Er hat wohl doch gedacht, dass ich es war. Aber ich habe doch ihm ausdrücklich gesagt, ich war es nicht. Wärts mich. Wärts mich. Wärts mich, Gengar. Oh, scheiß Gengars, Mann. Ich habe den mal gehasst. Scheiß Pokémon. Gengar. Komm. Ja. Fein. Fein. Dafür darfst du meinen Traum essen. Mmh. Lecker Traum. Ich komme überhaupt nicht an keinem Bein ran. Ich gehe mal hierüber weg. Oha. Das killt einen sofort. Aber das ist verschieden. Verdiente. Kann ich dazu nicht sagen. Okay. 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 Moment. Ich muss mal eben finishen. Ah, Mann. Fucking Schweber, ey. Oh, oh. Oh, oh. Gar nicht gemerkt, dass er... Ah. Tschuldigung. Nein, Ninja. Nur weil du Ninja heißt, musst du dich in die Reinspringen, Mann. Gengar. Gengar. Hier bin ich. Uhu. Hier, dieser kleine Blub. Mein, mein, mein Dings ist das, ne? Mein ausgefahrener. Ne? Ist das mein Geist? Ich weiß nicht. Na gut, dann laufe ich halt. Ist schon okay. Oh, jetzt haben die den ohne mich gekillt. Ah. So ne Scheiße. Meins. Yeah. Naja, egal, ne? Den Last Hit gönne ich denen nicht. Was geht jetzt? War das schon der Gott? Ne, der hab ich ja schon bei nem Event gekillt, darum. Denk ich immer nicht, dass das der Gott war. Ist das da ne HP-Leiste? Entschuldigung. Ist das echt ne HP-Leiste da oben? Ist das echt ein Boss? What the fuck? Moin, Kugel. Hier bin ich. Hä? Was macht der da für komische Energie-Shit? Hat er sich die Energie von dem Toten gezogen? Mann, retz doch mal. Wo ist denn der? Ist der da runtergefallen? Ne, da hab ich keinen Bock drauf. Wo? Schwebart. Ein paar Schwebart. Legende Schwebart. Okay. Ha! Oh. Oh, das fand er nicht gut. Geil, wie er es manchmal 135 macht. Was ist das für ne Kugel? Mach die Kugel weg! Moin! Na? Wieso treffe ich den nicht? Oh, mir fällt auch ein. Erstens super und zwei... Geh mal weg hier. Ich wohne hier. Ja. Von einem Schiff abgeballert, während mir dieser komische mechanische Gott ist. Alter. Piss dich, Mann. Was will der von mir? Fick dich! 802, meine Damen und Herren. Hahaha. Huch. Ah. Alter, ist das heavy. Wo ist er? Da. Was macht er immer? Sieht sich irgendwie mal HP oder sowas. Na, mach dich das sauer. Guck mal hierher. Guck mal hierher. Was ist das immer? Warum läuft er da denn rum? Ich mein, ne? Scheiß Schwebermann. Arschloch. Hoch. Mensch, Leute. Oh, wo kam er denn her? Ist er? Ist er tot? Yeah. Wuhu. Da haben sie genau das richtige Team geschickt. Sepix Primus warf einen großen Schatten auf unsere Stadt. Yeah. Ja. Da werden die gefallenen Teufel schwächer. Doch wir müssen wachsam bleiben. Sehr geil. Die gefallenen sind schlau und sie werden überleben. Guck, hier war der. Das tun sie immer. Oh, das tun sie immer. Sehr geil. Sehr cool. Ein schöner Abschluss für die Destiny-Beta, die ja endet. Und ich auch schon bis zum maximalen Level gespielt habe. Cool. Ach, guck mal. Noch ein paar Upgrades. Yeah. Cool. Was habe ich denn bekommen? Ach so. Hm. Interessant. Entschuldigung. Genga, ey. Genga. Genga. Ha. Ach, sieh mal einer an. Ach, gucke da. Das ging doch. Das war doch schön. So wollen wir das. War auch jetzt das erste Mal, dass ich lange suchen musste. Ich meine, ich habe das vorher erst zweimal gemacht, aber... Sonst... ...habe ich immer schnell leider gefunden, leider gefunden. Oh, wo war's? Mittendrin? Uiuiuiuiuiui. Ja, das ist der geilste Einstieg ever, wenn das Team schon voll am Pockerang ist. Ich meine, da kann selbst ich nichts mehr dran ändern. Ich meine, da muss ich noch mal sagen. Es wäre so schön gewesen. Okay. Okay. Ich bin voll drin, Mann. PvP gegen Spieler, nicht mehr gegen dumme Viecher. Was zum... Ja. Ja. Peacemaker? Du machst dir kein Peace, du machst War. Er erwartet nichts von mir, bitte. In Halo war ich da am Ende irgendwie so langsam gut, aber hier... Ja, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ja, ne? Habt ihr gesehen, oder? Sonst macht nochmal kurz zurück. Und guckt diesmal hin. Weil das kann nicht sein. Dieser Shot war... Ne. 100%ig gecheatet. Ich bin aber auch doof. Ich muss irgendwo anders hin. Oh, guck mal. Halt glaubt voll an mich. Ich hab mein Upgrade freigeschaltet. GT! Shit! Oh, hier. Guck mal. Jetzt hab ich das da. Achtung. Kontaktiert Destiny Server. Ah. Okay. Ist schon heftig, was man hier so alles... schon hat. Und es ist noch viel heftiger, was man noch kriegt. Oh, okay. Gehen wir das Ganze nochmal... in Ruhe an. Okay. Also... First, ich verschwinden, was esぁ... ...l Ok Leute, ich spiele jetzt erstmal so lange bis ich keinen Bock mehr habe und dann schneide ich so alles raus, so wie ich einen töte, weil das wird ja vielleicht nochmal passieren und dann so oft wie ich sterbe und so und das dazwischen, das interessiert ja auch keiner, das ist ja auch viel zu lang, ich wollte nur, dass ihr ein bisschen PvP noch seht, bevor es zu Ende ist mit der Beta, aber ich hoffe ihr seid dann beim Let's Play dabei, am 9. September, startet euch das Let's Play vom fertigen Destiny, oh was, oh, die schöne Map, oh, wow, okay, das geht's, Leute I am your omega Nehmt die Zonen ein und zerstört eure Feinde Ah, man kann wirklich viel mehr lenken Der Feind hat Zone A erobert Führung verloren Mann Alter In Führung Zone B ist sicher 3-Karzzone C eingenommen Führung abgegeben Diese MG-Scheiße, ne? Ey, da kann man doch mit der Schussgeschwindigkeit gar nicht anders spielen. Auch wenn ich jedes Mal einen Header reindrücke. Wenn die einfach draufhalten, dann gewinnen die. Das war nur Scheiße, Mann. Warum bin ich nicht vom Fleck gekommen? Ja, macht mal, Leute. Führt mal für mich. Ich hab schon Biger eingekillt. Ich hab schon gesehen. Zone B neutralisiert. Ihr habt Zone B eingenommen. Zone A verloren. schwere munition kommt der feind hat zone a erobert führung verloren coole wege auf jeden fall du hast schwere munition zone c neutralisiert zone b verloren so der c ist sicher weiter zone b erobert er kommt das war ich in führung ich nehme jetzt auch so ein low mg er da jetzt kommt er ja leute los peacemaker zone a neutralisiert zone b neutralisiert der feind hat zone a erobert superbreit superbreit bereit super ne kann man eigentlich spongebob das mal zonen b ist sicher zonen c verloren fight hat zone c eingenommen zone b verloren zone a neutralisiert heute hat zone b erobert zone a ist erobert sie gehört euch zonen b ist neutralisiert Der Feind hat Zone A erobert. Zone B ist sicher. Zone C neutralisiert. Hey, war doch ein Mann. Zone C ist sicher. Das kann nicht sein, ich habe mich selbst in der Kamera gequält. Schwerer Munition kommt. Schwere Munition verfügbar. Das war Spezial Munition, nicht schwere. Scheiße. Haha, ich habe Seisel noch gekillt. Seisel, Deisel, 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 Dreidel, 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 Dreidel. Noch fünf Minuten, Leute. Wir müssen das halten. Scheiße, Seisel, Mann. Scheiße. Zone A ist sicher. Totale Kontrolle. Gute Arbeit. Totale Kontrolle und super bereit. Zone B verloren. Oh nein, Zone B. Ich muss Zone B retten. Feind hat Zone B erobert. Ja, Zone B, Mann. Zone B. Wie geil die Waffe nun her geht. Der Feind hat Zone A erobert. Wir haben Zone B eingenommen. Ich sehe nichts. Ich sehe wieder was. Das war einer von uns. Mann, oh. Na, wenigstens bin ich nur der Vorletzte. Okay, pass auf. Mit einer Super werde ich jetzt raushauen. Hauen. Nein. Ja, muss der Staub sein. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und das war das Weitergespielt. Ich werde ein Let's Play zu Destiny machen nach Release. Und würde mich freuen, wenn ihr das auch guckt. Regen Togame präsentiert den scheiß Hurensohn. Nicht Johannes Brust. Das bin ich. Nicht. Ich bin nicht. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Das ist Teams. Togame präsentiert den scheiß Hurensohn. Oh, Johannes. Oh, Johannes. Oh, Johannes. Oh, Johannes. Oh, Johannes. Untertitelung des ZDF, 2020